Eine Riesenschlange rettet die Stadt. In Chiang Sen, der hunderttausendfachen Stadt, gibt es im Südwesten ein Stadttor. Das nennen die Bürger das Tor, das den Bermahnen verwehrt war. Heute ist es schon zum größten Teil verfallen, aber noch kann man an den Steinresten sehen, dass es einst ein Stadttor war. Hier ist die Geschichte dieses Tores. Als der Vater aller Häupter die Stadt erbaut hatte, ließ er Stadttore errichten, in den vier Richtungen. Das Südwest-Tor erhielt den Namen, das Tor, das den Dämonen den Eingang verwehrt. Der Herr hatte es erbaut, nach dem alten magischen Brauch. Einen Sträfling, der hingerichtet werden sollte, ließ er holen. Der Mann musste gebadet und in einem weißen Gewand gekleidet werden. Das Gebot erging, dass er diese Tor hüten sollte, immer da. Dann wurde er zur glückverheißenden Stunde in die Grube gesetzt. Er musste die Hände zusammenlegen und nun wurde der schwere Stein an der Torbalken gebracht und senkrecht in die Grube hinabgelassen, sodass er den Mann durch sein Gewicht zermalmte. Der Geisterbeschwörer brachte einen Baumwollfaden, goss heiliges Weihwasser aus und sprach die Beschwerungsformeln, um den Geist an das Tor zu binden. Das war der Sinn dieser Geisterfeier. Viele Zeitalter vergingen. Zum Schluss kamen die Burmanen, um die Stadt Changseng entzwei zu schlagen. Sie stellten ihr Heer vor dem Tore auf zum Sturm. Es war Mitternacht und der Kopf des Heerbands war nur noch fünf Klafter vom Tor entfernt. Da erschien den Kriegern plötzlich eine Schlange, dick wie ein Hausbalken und nicht weniger als acht Klafter lang. Quer über den Weg hatte das Tier sich gelegt. Der Herzog der Bemahnen hielt auf der Stelle, denn noch niemals hatte man solch eine sonderbare Schlange gesehen. Von Mund zu Mund ging die Kunde und einige riefen, das müsse der Schlangenfürst persönlich sein. Andere weder meinten, es sei bestimmt der allessehende Schutzgeist der Stadt. Sie versuchten, ihre Waffen abzuschießen, doch das Tier ließ sich weder verjagen noch verwunden. Auch gestattete es niemanden, sich der Stadt noch weiter zu nähern, denn jedes Mal erhob es sich zischend sein breites und großes Haupt, um dem, der es wagen würde, Böses zu tun. Der Befehlshaber des Heeres bekam es mit der Angst zu tun und befahl seinen Kriegern, ein weiten, sichtbares Geisterhaus am Wege zu errichten. Darin zündete er Kerzen an und brachte Opfer dar. Dann sprach er sein Gebet um freie Bahn zur Stadt. Die Krieger tuschelten unterdessen, diesmal würden ihnen gewiss große Schätze zufallen und unermessliche Reichtümer, denn der Herr über Himmel und Erde habe verfügt, dass ein Gott sich zu seinem Schlangenfürsten verwandelt habe, ihn allen zur guten Vorbedeutung. Die große Schlange jedoch blieb, wo sie lag, und verwehrte den Bermanen drei Tage lang den Zugang zur Stadt. So lange nahe nämlich dauerte es, bis die Bürger alle sich in Sicherheit gebracht hatten und im Walde verschwunden waren. Als die Bermanen endlich in die Stadt eindrangen, fanden sie nur leere Häuser und nicht ein lebendiges Wesen. An Gütern waren nichts mehr darin außer jenen Gerätschaften, die man weder Schultern noch wegschleppen konnte. Aus Wut und Enttäuschung schlugen sie alles, kurz und klein. Die Stadt sank in Trümmern, doch das Stadthor erhielt den Namen, das Tor, das den Bermanen verwehrt war. Heute freilich heißt es, das Tor des Bermanenheeres.